Warte, bitte warte. Ich hab das jetzt schon mal getrunken. Oh, ein Lukas, Mann. Lukas. Trinkst du auch Sperma, wenn ich da reinwechse? Würde ich für Geld machen, ganz ehrlich. Für noch einen Zwecken drauf. Und was ist, wenn ich da rein scheiße? Kann man sagen, was da drin ist. Das ist Kohle und noch eklige Sachen. Ey, nein, stopp, stopp. Ich muss hier das scheiße Handy anmachen. Ich hab doch Video, ich hab doch Video. Aber ich will ein Foto machen, da kommt ein Schüler-Fost-Set rein. Das geht los. Ey, warte, nein. Jetzt ganz ruhig bleiben. Scheiß Kamera. Oh, du bist so ein Muschi. Das Handy ist von alleine ausgegangen. Das ist Kohle und noch irgendwas anderes Ekliges. Ja, aber noch nicht. Oh, scheiße. So, jetzt geht's los. Oh, nein. Oh, Boris. Nein. Nein. Da ist doch was drin. 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 Oh. Oh. Das ist ekel. Scheiße. Er hat es getrunken. Das gönne ich mir auch noch mal. Das ist ja leider. Lassen wir einen mehr. Ich muss nicht mit speichern. Aber ich hab's vor einer Woche circa schon...